Bist du zwischen 16 und 45 Jahre alt und hast Lust bei uns freiwillig und ehrenamtlich mitzuarbeiten? Kannst du im dritten Grad im Vorstieg klettern und bist sicher mit der Turnschi Hochalpin unterwegs? Bist du körperlich fit und gewillt die Bergrettung Großal in deiner Freizeit bei Übungen und Einsätzen zu unterstützen? Wenn wir jetzt ein Interesse gewickt haben, dann schauen ein von den zwei Terminen bei uns im Bergrettungsheim vorbei und holt direkt und unverbindlich die Information bezüglich eines Beitrittes in den österreichischen Bergrettungsdienst. Wir freuen uns auf dein Kommen! Wir freuen uns auf dein Kommen!